Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Wir sind hier immer noch am Tatort von, ja, dieser Frau, die gestorben ist, der Trollin. Und Belle ist immer noch ganz geschockt, aber wir gucken uns immer noch weiter hier um. Kassette. For my arrival. Schauen wir, ja, wenn der Kassendenrekorder funktioniert, können wir das ja direkt abhören. Flasche. Waschenbecher. Okay, der Typ raucht auch noch dieselbe Makel wie Wolf. Ich hoffe, es hat nicht auch noch was zu bedeuten. Was haben wir denn hier am Boden? Apfel. Ach, wie bei Schneewittchen. Gift. Ist da noch ein Wurm drin? Sie aß, als er angriff. Genau wie der Apfel im Buch. Es hat nur ein Wurm drin, wie in Snow's Story. Oh, nein. Du denkst, es war Pohysen? Es war nicht. Ich hätte das Gefühl, dass. Ich denke, es ist nur ein Wurm. Das könnten wir wirklich nicht wissen. Sie hat ihre eigene Entscheidung getroffen. George hat sie ausgenutzt. Boah, keine Ahnung. Einfach mal irgendwas jetzt hier geantwortet. Ja, klar, der erklärte die Angst. Ich glaube, wir hören uns mal die Kassette an, aber vorher will ich noch mal gucken, ob wir alles hier abgeguckt hatten. Alles gefunden. Schrank, den öffnen wir noch mal. Wir haben ja das letzte Mal auch draus gelernt, dass da jemand drin war. Echt gruselig. Aber wenn das auch noch so gewesen wäre, wäre echt eklig. Er könnte ein Transfizid sein. Er mag es gerne grob. Sieht aus wie ein Snow-Kostüm. Sieht aus, wie du gesagt hast. Dieser Kiep putt die Frau in eine Snow-White-Dress und re-cretet die ganze Geschichte aus dem Buch. Mit der Apple und der Deep Sleep und alles. Du bist ein besseres Detektiv als ich dachte. Danke. Ja, wenn man nach Hinweisen sucht, dann findet man irgendwie in diesem Spiel auf jeden Fall immer doch noch was. In dem Fall ein Umschlag. Nein, das sind Bilder von Snow. Es geht nicht nur auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich das erst mal an. Er wird immer versuchen, um zu nahe und nahe zu nahe zu nahe zu nahe zu nahe zu nahe zu nahe. Sein Stand-Infer Snow ist jetzt weg, also... Der nächste Schritt nach nahe zu nahe zu nahe. Was ist es? Es ist Crane. Aber wie konnte denn ein Foto von Crane gemacht werden? Das nächste Mal bei The Wolf Among Us. Er könnte nach dir jetzt sein. Gut. Ich werde mich auf die Hände auf den... ...dischustigen Weasel. Ich bin wirklich zu lieb, Sheriff. Du bist nicht so, dass du ein totaler Bust. Obviously there will have to be some changes Hello, Big B Take care of it, Big B Or I'll take care of it for you Jesus Christ, Big B Is that you? Boah, krass Bin ja echt wieder mal voll gespannt Was hier in der nächsten Episode passieren wird Spieleentscheidung Wie hast du dich nach Snow's Toad Crane gegenüber verhalten? Du und 60% der Spieler haben Mitgefühl gezeigt Wie hast du den Mordverdächtigen behandelt? Du und 37% der Spieler haben ihn zum Reden gezwungen Aha Okay, also nicht so viele Wie ich jetzt eigentlich gedacht hätte Aber Es hatte ja geklappt Das ist ja das, worauf es ankommt Hast du Snow erlaubt, mit dir zur TripTrap Bar zu gehen? Du und 91% der Spieler haben Naja, fast 91% der Spieler haben sie selbst entscheiden lassen Ja, viele haben sich wohl da gedacht bei Snow Dass sie ja selber entscheiden darf, was sie machen möchte Wie bist du mit Georgie Porchi Georgie Porchi fertig geworden? Du und 69% der Spieler haben Georgie nicht verprügelt Aber dann doch eine ganze Menge Ich habe jetzt gedacht, dass die ersten Reflexe dann doch irgendwie bei einigen Überschwinglicher sind und viele da eher mal was kaputt machen Die Verlockung war auch echt groß Bis man dann nach ein paar Mal dahinter gestiegen ist Dass man die ganze Zeit die Chance dazu hat Und ich glaube, es ist doch schon auch ein Zufall Dass man nicht ganz am Anfang drauf losprescht Aber man hatte mehrmals die Chance, es zu tun Die Sachen zu demolieren Hast du Beast weiter geschlagen, als er am Boden lag? Du und 77% der Spieler haben Beast kein zweites Mal geschlagen Auch recht viele Ja, gut, dann weiß ich ja, dass ich da nicht so alleine irgendwie bin Nur bei dem Mordverdächtigen Da habe ich wohl anscheinend ein bisschen anders reagiert Okay, besuchen Sie die offizielle The Wolf of Manga's Webseite Und so weiter Wir fahren mal einfach fort Genau Und da wir hier noch genug Zeit in diesem Part haben Lass ich mal Diese Textgeschichten hier am Ende aus Und wir gehen direkt in die nächste Episode Episode 3 Eine krumme Meile Dazu muss ich noch sagen Ich wundere mich Wie hat er denn Der Wolf jetzt da das Foto finden können Von Crane Wie er an Snows Also nicht an Snows Aber halt An der gespielten Snow White Also von der Trollin da am Bett steht Und Oder das war sie doch jetzt Ich komme mich jetzt durcheinander Die war doch dann mit Glimmer getarnt Das war die Lilly doch Die Lilly Die Schwester Die ist ja dann aber Ja doch Die benutzt ja auch Glimmer Also eigentlich benutzen die ja beide Ist ja auch egal Auf jeden Fall Die Frau Die jetzt ermordet wurde Und die dann im Bett lag Und Wenn Crane Ich weiß halt nicht wie das Foto gemacht wurde War das jetzt von dem Spiegel gemacht worden Weil ich finde das so abstrus Das ist in dem Moment Wo das passiert Wo jemand diesen Mord verübt Dass da irgendwie jemand ein Foto macht Wie denn Also es kann ja nur der Spiegel gewesen sein Oder wie oder was Aber wie ist dieser Umschlag dahin gekommen Egal Auf jeden Fall wissen wir jetzt Dass Crane dahinter steckt Vielleicht Ist es ja aber auch nur ein Ein Auch wieder ein Ein ganz blödes Missverständnis Oder so Vielleicht hat der ja das ja bemerkt Und ist auch noch mal drin im Raum gewesen Hat sich da drüber gebeugt Dann ist dieses Foto entstanden Um vielleicht auch Wolf Auf eine falsche Fährte zu locken Könnte ich mir auch gut vorstellen Damit man halt denkt Crane war es Aber wenn das wirklich war Ich kann mir gut vorstellen Dass wir jetzt in Episode 3 Auf jeden Fall Den zur Rede stellen müssen Egal ob es war oder nicht Das ist auf jeden Fall Unsere nächste Spur Ich bin gespannt Und wünsche euch weiterhin Viel Spaß Mit der nächsten Episode S лес Bis zum nächsten Mal Sicional Snel Wir müssen uns in dieser riesigen Stadt zurückkehren. Alles hat sich so gegründet. Schau, ich nicht jemandem zu töten. Und ich sollte einfach nur glauben. Snow... Ich möchte nur, dass Sie sich vorsichtig sind. Ich habe fast verloren, und... Ich bin nicht Ihr zu verlieren. Ich werde nicht mehr eine Erringer für Crane sein. Sie sieht wie Holly. Es ist nicht Holly. Es ist sie, Lilly. Sie war hoog. Um Geld zu verdienen. Insofern, die nur diejenigen, die sie verdienen, waren bei ihrer Arbeit. Sie wissen, das Schithole Club, die Puddin'n Pie. Mein Name ist Nerissa. Na ja, Nerissa... Ich habe einige Fragen. Die Öffene Hände. Oh, mein Gott! Was ist das? Es ist Crane. Dieser Scheißkerch werde ihn umbringen. Verdammter Widerling. Was ist das? Das verdammte Schib just... Das verdammte Schiff, die kleine verdammte Schat. Crane? �, Gott, du denkst, du eine Person praines Widerschall. Bigby, du musst dir sagen. Ich weiß! Was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du da gefunden? Was hast du da gefunden? Ich weiß... Folgt ihr vielleicht, muss es Snow sagen. Snow ist in Gefahr. Ich muss los, was meinst du? Ja, mal gucken, wie schnell wir jetzt Snow White finden können, um sie zu warnen. Wie gesagt, ob Crane es nun wahr oder nicht, die Buckingham Bridge, 10 Uhr 28. Ob er es wahr oder nicht, sie muss trotzdem gewarnt werden. Wir müssen unbedingt wissen, was dahinter steckt mit Crane. Und was mir auch nicht, oh man hört Snow, was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Foto, das ist mir vorher nicht so aufgefallen war, dass er so seine Hand auch so ein bisschen unter ihr Kleid gezogen hat. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das Kleid dann doch ausgezogen hat oder so. Also es hing ja, wie gesagt, im Schrank. Aber es hieß ja, der Mörder hätte es nicht ausgezogen dann danach. Dann wäre ja Blut dran gewesen. Also muss es ja irgendwie vorher wieder hingehangen worden sein. Ich check's nicht. Aber es hing ja im Schrank. Naja, wir gehen mal hin und gucken nach Snow. Binge sie herüber, entschuldigt, das ist wichtig. Wir müssen gehen, nicht unterbrechen. Wir unterbrechen sie mal kurz nicht. Opfertisch. Was können wir denn hier angucken? Was für ein Opfertisch? Karte. Ja, man muss ja auch den Menschen, äh, die Anteilnahme gewähren, irgendwie, dass sie sich verabschieden können von ihren Familienmitgliedern. Schnapsflasche. Billy Goat. Hatten wir die Karte jetzt schon oder war es die daneben? Hatten wir die Karte jetzt schon oder war es die daneben? Holly, es tut mir leid, beruhigend. Ich will keinen Ärger. Was ist jetzt nicht mit dem Cranistern? Ach, entschuldige, das wusste ich nicht. Äh, schwierig. Entschuldige, das wusste ich nicht. Um die letzte Ehre zu erweisen, bin ich hier, ich bin hier, um mit Snow zu reden. Ich denke, ich weiß, wer deine Schwester umgebracht hat. Ich will nur Lillys Mörder kriegen, ich will nicht bleiben. Ich will nur Lillys Mörder, Holly, nichts mehr. Ich will nur Lillys Mörder kriegen, okay? Das ist so total fucking Bullshit. Let's go, Holly. It's your turn to talk. Lily war Cranes Prostituierte. Cran ist von dir besessen. Cran hat Lily umgebracht. Lily war Cranes Prostituierte. Wir sollten gehen, ich dachte, du wärst in Gefahr. Ja, es tut mir leid, Snow. Ich dachte, du wärst in Gefahr. Ich zeige Snow das Beweisfoto. Cran hat Bilder gemacht. Wir trossen mir nicht. Cran hat Bilder gemacht. Er hat sich schon mit Lillys Mörder gemacht. Gott. Schau, wir gehen nach der Geschäftsbewegung. Ich weiß, Cranes ist da, aber wir müssen uns sprechen. Und das ist nicht der Ort. Snow? Nerissa? Was ist es? Ich bin sorry, aber Holly ist gefragt, ob Sie. Sie haben die Verlangen? Ja. Jeder, der spricht, sollte wirklich sein sein, für diese Sache. Sie ist ein bisschen distraut. Lass dir Zeit, wir sollten gehen, bist du okay? Oh, schwierig. Ja, danke, es war Cranes Zimmer. Lily wurde dort umgebracht. Uh-huh. Ja, Lily wurde dort umgebracht. Es war eine Schmerzende. Oh. Ich bin sorry. Nerissa! Ja, um... Komm! Constable? Das werdet ihr bereuen, das ist der falsche Zeitpunkt. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Das ist die Frage, ist es? Oder zumindest eine Frage. Ich bin noch immer, wie du, von unserer Talk in der Cell. Und ich bin ehrlich, ich würde nichts mehr sagen, als zu schreiben ein Schmerz in deinem Gesicht für die Schmerzen du hast. Aber ich bin ein Profesional, und wir sind hier für ein Job. Wir sind ein Schmerz, für alle sachen. Verschwindet? Arbeitet ihr für Cran? Hm, ungern, ne? Tut niemanden weh. Gut, wir haben einen Deal. Denkt ihr, ich habe Angst? Speak your mind, fastly now. You think this act you got going scares me? Cause it doesn't. Always wanting to do things the fun way. Ladies, gentlemen, invertebrates, please, rest easy. This is not... The hell is going on. What's happening? Very sorry to impose, but we only had a deal to work out with Bigby. And we're unhappy to report that things did not go as smoothly as planned. Bigby, what is he talking about? Es geht um Crane, die, hör auf mit dem Scheiß. Die hat die, keine Deals. Es geht um Crane. Boah, die sind aber auch heftig. Das ist es nicht, wer. Ich habe das unter Kontrolle. Beruhige dich, Holly. Oh-oh. 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 oc Untertitelung des ZDF, 2020